ja moin sehr liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal hier eine neue flohmarkt super folge von mir ich werde auch ja noch mal meine schätze zeigen die ersten schätze 2020 ja auf dem ersten flohmarkt in der tiefgarage in heide bei markauf habe ich disney's rund um die welt mit timon und pumba die vrs 70 minuten dafür habt der herr mir jetzt zwei euro abgeknöpft ich finde das geht hier auch noch mit dem heftchen dabei das ist immer ganz gut vrs ist in gutem zustand kann ich nicht meckern hätte auch noch ein bisschen falschen können mit ihm aber ich glaube dass wir glaube ich hier ist die hülle auch noch ein bisschen kaputt dafür denn zwei euro naja was soll denn auf dem zweiten flohmarkt eine cd mitgenommen let's party von 86 bis 96 keine ahnung was da drauf ist aber wird bestimmt gute mucke drauf sein cd ist in einem ok zustand ich weiß nicht ob man das jetzt hier so sehen kann auf jeden fall sind da recht ein paar kleine kratzer drauf für 50 cent dann noch i have a dream von deutschland sucht den superstar auch die cd sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus da kann man das jetzt so ein bisschen sehen aber ich glaube ich kriege ich wohl noch sauber sauber gerubbelt jetzt mal so dann haben wir hier noch den gerhard gerhard schröder steuersong ja das immer wieder lustig anzuhören auch die cd auch total begrabbelt vielmehr ist es leider nicht geworden ja genau denn bedanke ich mich fürs einschalten und jetzt werden auch mal wieder öfters ein paar flohmarkt blogs kommen ja neues jahr ist angebrochen mal gucken was man noch so alles finden kann auf dem flohmarkt 10 uhr 30 uhr das ist ein guter schnitt ja denn macht's mal gut leute ich wünsche euch denn noch einen schönen sonntag und haut rein